Musik 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 Das ist doch egal. Immer besser, nicht zu viele Fragen zu stellen. Wach auf, Freundchen. Was? Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ich habe gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Komm, komm schon. Ja. Hoch mit dir. Komm schon. Komm schon, Junge. Ja. Ja. Süße Träume, Mann. Puh, so, ja, und damit recht herzlich hallo und herzlich willkommen bei einem erneuten Let's Play vom Lautschmer. Aber es geht weiter, deswegen halte ich jetzt mal die Schnupf. Ja, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Und zack, schön durch den Hals. Ja, aber so lieben wir das. Ah, zack, komm. Button-Smashing ist angesagt. Komm. Na, das tut ihr gut. Das fängt ja schon mal gut an. Da ist der Schlüssel. Na, 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 komm, 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 komm. Ja. Ja. So, schnell hier noch aufschließen. Gut. Endlich frei. Naja, nicht ganz. So, und damit nochmal hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer. Jetzt kann ich euch richtig begrüßen. Wir sind hier bei The Order 1886, dem neuen Spiel von Ready to Dawn Studios. Und wir kämpfen uns gerade durch das Verlies. Und die Grafik sieht echt verdammt geil aus. So. So. Okay. Gehen wir mal hier lang. Bei allen mit L3. So. Ich glaube, wir müssen hier. Ja. Okay. Ah, hier geht's hier rein. Okay, da liegt was. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Eine Waffe. Nice. Schauen wir doch mal glatt hierher. Ah. Ich und mein Glück. Ja. Recht hast du. Das kenne ich nur zu gut. Mit das Apartment. Und. Ja. Doch. Hotel Alcatraz. So. Was können wir hier machen? Okay. Ja. Vielleicht nicht gerade die beste Variante, aber wenn's hilft. Okay. Schau, schau, schau. So. X. X. Äh. Komm. 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 Ich weiß, du schaffst es. Jetzt bewegen wir uns langsam nach vorne. Komm schon. Sehr gut. Wie drauf in den Himmel. Man ist. Ich weiß, du schaffst es. Wer ist da? Wer ist da? Überqueren in Deckung. Halte zum Überqueren. L nach links und drücke Kreis, um dich zu einer anderen Deckung zu bewegen. Okay, das machen wir doch glatt. Und zack. Schon gut geklappt. Was ist das? Irgendwas ist hier komisch. Nur eine vage Vermutung, aber irgendwas stinkt hier nicht. So, komm. Komm, du schaffst es. Weiter geht's. Auf. Oh Gott. In Ordnung, Mann. Kein Wort. Schön stehen bleiben. Rein. Zubachen. Lass uns doch erstmal rum. Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Besser wird es die Katakomben nie verlassen. Dein Maul. Schon gut, schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Bewegung. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Wow, Leute, wow. Ei, ei, ei. Komm, komm, komm. Nein. Oh, oh, oh. Zack. Jawohl. Du Dreck, sag. So, zack. Ja, aber schön. Immer mitten in die Fresse rein. Oh, oh, oh. Au, au, au. Nein. Nein. Was macht der? Au. That hurts. Okay. Ach, wir haben, glaube ich, die falsche Taste gedrückt. Passiert. Passiert. Shit happens. Auf, mein Neues. Jetzt nochmal. Ach, komm her, Drecksack. Lass dich umarmen. Free Hugs. Na, 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 na. Komm, komm, komm. Ach, jawohl. Knick, knack. So, schön. Oh. Wer schießt hier? Geben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. So. Und raus. Ach, schön. Es schneit. Oben auf dem Dach. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Wer die Hände sitzt. Das Spiel ist vorbei, Galahad. Geben Sie jetzt auf. So farb die Hände hoch. Die Hände hoch. Hände hoch. Gray. Tu das nicht. Ich sagte, aufgeben. Okay. Hände an den Kopf. Sie haben den Orden betrogen. Niemand entzieht sich der Strafe. Sie vergessen, Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Glimm kriegt ihr mich niemals. Zack. Die Order 1886. Na, das war doch mal ein Prolog. Schön, schön. Gefällt mir. Also grafisch wirklich fein. Gellarhahn, melden. Bestätigen, Gellarhahn, ihr Zentraler. Ich höre dich, Parcelor. Machst du einen feinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere, viel am Krovna Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Trifft dich am Vereintes Indienhaus mit die Crane und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? So. Identifiziere das Vereintes Indienhaus. Okay. Okay. Ähm. Okay, wo haben wir das? Ah ja. Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Hm. Nett. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Ach ja. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch zivilisten. Möglichst nicht tödlich Gewalt einsetzen. Verstanden. Stößt du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin mit unterwegs. Ja, da hat Ende. Hm. Voll ausgerüstet für 1886. Nicht schlecht. Wir gehen mal hier lang. So. Schauen wir mal. Geht's hier auf? Ja. Wunderbar. So, dann schauen wir uns ein wenig um. Was haben wir denn hier Schönes? Hm, 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 hm. Dachboden. Oh mein Gott. Also solche Figuren fand ich schon immer gruselig. Häh. Na. Egal. Okay. Hier gibt's aber nichts. Dann gehen wir mal runter. Trifft dich mit I-Crain oder I-Crain. Wie auch immer. Das wollen wir noch rausfinden. Halte R3 gedrückt um deine aktuelle... Aha. Ach ja. Ah, so sieht man immer die aktuelle Mission. Okay. Hallo. Morgen. Morgen. So, was haben wir hier? Aha. Die aktuelle Tageszeitung. Mysterious Disappearance in Whitechapel. Okay. So. Hier machen wir mal wieder eine Etage runter. Was haben wir hier? Ein Bild. Okay. Ach. Mal hier. Schönes Gruppenfoto. Vom 20. Juli 1886. Guck mal da. Aha. Schön. Schön. Gut. Okay. Weiter geht es. Wie bist denn du? Guten Tag, Sir. Guten Tag. Ja. Liegt da noch was? Nee. Nichts für uns. Alles schön untersuchen. Man weiß ja nie. Okay. Da repariert einer den Fahrstuhl. Macht das bloß ordentlich. Können wir hier was machen? Nee. Sieht nicht so aus. Hm. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Können wir mal was? Ah. Was haben wir denn da? Aha. Phonographzylinder. Wachszylinder enthalten eine ausgezeichnete Audionachricht. Drücken Sie Optionen und wähle Archive, um dir diese Aufzeichnung anzuhören. Machen wir doch glatt. Archive. Und abspielen. Es geschah in den Tagen des Huda Pendragon, als er König von ganz England war und er da regierte, dass ein mächtiger Herzog in Cornwall war, der lange Zeit gegen ihn Krieg führte. Und dieser Herzog hieß der Herzog von Tinty. Eines Tags also entbot König Uta diesen Herzog zu sich und befahl ihm, sein Weib mitzubringen. Denn sie galt als schöne und sehr kluge Frau und ihr Name war Igraine. Als daher der Herzog und sein Weib zu dem König gekommen waren, wurden sie von großen Herren beide zu ihm geleitet. Dem König gefiel die Dame sehr und er fiel in Liebe zu ihr und er nahm sie beide über die Maßen freundlich auf und begehrte bei ihr zu liegen. Aber sie war eine sehr gute Frau und wollte dem König nicht zu Willen sein. Und da sprach sie zu dem Herzog ihrem Gemahl und sagte, mich dünnt, wir sind entboten worden, damit ich entehrt werde. Darum rate ich euch, Gemahl, wir wollen uns schnell von hinnen heben, dass wir die ganze Nacht durch bis zu unserem Schloss reiten. Okay, das ist alles von Sir Thomas Millery. Millery, König Arthur und die Ritter der Tafelrunde um 1470. Okay, schon eine Zeit lang her. So, gehen wir mal hier lang. Ich gehe runter auf die Straße. Bestätigt. Überqueren, wege L nach vorn und drücke X, um herüber zu springen. Okay, machen wir doch glatt. Und zack. Ja. Und hier runter. Ne. Also was mir hier schon auffällt, dass es sehr oft der Fall ist, dass gerade die Ingame-Szenen Galahad, Igrane, was ist von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre, nun, fütisch. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Also was ich eigentlich sagen wollte, also was mir hier sehr oft auffällt, ist, dass die Ingame-Szenen total gut mit den Zwischensequenzen verschmilzt. Das haben die gut gemacht und man sieht echt keinen grafischen Unterschied. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So, wir gucken nochmal hier, was uns hier die Mülltonne bietet. Gut, da liegt was. Aha. The Ring of the Nibelung. Untersuchen mit L. Ja, ja, das kennen wir schon. Okay. Ja, aber da ist nix. Okay. Ähm... ... ... Vielen Dank.